Ein richtiger Geheimtipp für alle Liebhaber der authentischen japanischen und thailändischen Küche. Bonsai, Japanese und Thai, ein relativ neuer Laden in Wiesbaden, bietet eine Vielfalt an leckeren Spezialitäten zu unschlagbaren Preisen an. Zu Beginn bekommt jeder Tee und Cracker aufs Haus, dann bekommt ihr hier zum Beispiel super leckere Sushi, Sashimi, Nigiri und Maki-Kreationen, bestehend beispielsweise aus frischem Lachs, Thunfisch, Krabbensticks oder Oktopus, natürlich auch mit veganen Alternativen. Sie sind auch nicht nur geschmacklich eine Wucht, sondern machen auch optisch einiges her und wer es lieber etwas deftiger mag, für den ist auch gesorgt. So gibt es hier eine Reihe von Nudeln und Curry-Gerichten, wie beispielsweise das Beef-Curry, Yaki-Odon, gepratene Nudeln mit Beef, Tori-Odon, eine Nudelsuppe mit Hühnerfleisch, dazu gibt es noch leckere Snacks, wie die knusprigen Garnelen in Tempurateig und zum Abschluss bekommt ihr noch einen Panacotta-Nachtisch-Kredenzt. Ein wahrliches Gedicht, was so auch nicht auf der Karte zu finden ist. Die exzellente Qualität der Speisen, gepaart mit einem freundlichen und aufmerksamen Service, machen den Besuch zu einem rundum angenehmen Erlebnis.